Herzlich willkommen zu meinem Video über das Felix Nussbaum Museum in Osnabrück. Felix Nussbaum wurde am 11. Dezember 1904 in Osnabrück geboren und ist nach dem 20. September 1944 im KZ Auschwitz-Birkenau gestorben. Er war ein deutscher Maler der neuen Sachlichkeit. 1932 verlor er durch Brandstiftung einen Großteil seiner Werke. 1933 verließ er Deutschland wegen der beginnenden Judenverfolgung in der Zeit des Nationalsozialismus. Ab 1940 versteckte er sich in Brüssel. Dort wurde er nach einer Denunziation mit 562 weiteren Juden mit einem der letzten Transporte in das KZ Auschwitz deportiert, wo er und seine Ehefrau am 2. August 1944 eintrafen. Er wurde als Lagerhäftling geführt und starb wahrscheinlich vor der Befreiung des Lagers. Am 16. Juli 1998 wurde in Osnabrück das Felix-Nussbaum-Haus eröffnet, das mit mehr als 200 Werken die weltweit größte Sammlung des Malers beherbergt. Das Gebäude wurde nach den Plänen des amerikanisch-jüdischen Architekten Daniel Liebeskinds errichtet, der die Architektur eng mit dem tragischen Leben des Künstlers und dessen Tod in Auschwitz verknüpft. Die Felix-Nussbaum-Gesellschaft e.V. in Osnabrück fördert die Erforschung und Bekanntmachung des Oeuvres von Nussbaum. Zum 100. Geburtstag im Jahre 2004 brachte die Deutsche Post im Rahmen der Serie »Deutsche Malerei des 20. Jahrhunderts« eine Sonderbriefmarke mit dem Motiv des Gemäldes »Das Geheimnis« heraus. Das Werk und die Lebensgeschichte Felix Nussbaums werden bis heute von Künstlern rezipiert. Nussbaum war eine tragende Säule des »Albums der Erinnerung« von Cyrus Overbeck 2019 in der Duisburger Kubus-Kunsthalle. Grigori Bärstein zeigte 2020 zu Nussbaum die Ausstellung »Wächst das rettende, das kurze Leben des Felix Nussbaum« im NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln. Sie war bereits 2014 als Rauminstallation im Felix-Nussbaum-Haus zu sehen gewesen. Ein gesellschaftspolitisches Museum, so könnte man das Felix-Nussbaum-Haus im Museumsquartier auch bezeichnen. Das Werk des Osnabrücker Malers Felix Nussbaum steht in einem einzigartigen Bezug zum Projekt des Museumsquartiers als Friedenslabor. Es gemahnt an den Holocaust. Nussbaums Bilder behandeln Flucht, Vertreibung, Krieg. Sie fragen nach kultureller und religiöser Identität, Themen, die höchst aktuell sind und für ein friedliches Miteinander immer wieder gesellschaftlich neu verhandelt werden müssen. In Wechselausstellungen greifen wir diese Themen auf, befragen Nussbaums Werk immer wieder neu und bringen es in einen Dialog mit anderen, zeitgenössischen Künstlerpositionen. Das vom amerikanischen Architekten Daniel Liebeskins entworfenen Gebäude schafft für diese Auseinandersetzungen einen intensiven räumlichen Kontext. Nussbaums Werke, Liebeskins Architektur, wechselnde Ausstellungen und Veranstaltungsformate wie die jüdische Musikreihe, Lesungen und Zeitzeugengespräche machen das Felix-Nussbaum-Haus zu einem Museumsort mit entschiedener friedensthematischer Haltung, gegen Unterdrückung und Gewalt, für Menschenwürde, Versöhnung und ein friedliches Miteinander. Es gibt eine Dauerausstellung von Albrecht Dürer mit herausragenden Holzschnitten und meisterhaften Kupferstichen zu sehen. Das kulturgeschichtliche Museum Osnabrück im Museumsquartier beherbergt eine umfangreiche Sammlung mit grafischen Werken Albrecht Dürers, 1471 bis 1528. In seiner aktuellen Konzeption zeigt das Dürerkabinett seine Werke zum »Marienleben« als Folge von 18 Blättern. Albrecht Dürers »Marienleben« gehört neben der »Passion« und der »Apokalypse« zu Albrecht Dürers drei großen Holzschnittfolgen. Sie erschienen 1511 jeweils in Buchform. Bereits seit 1502 hatte sich Dürer künstlerisch intensiv mit einzelnen Motiven des Lebens der Jungfrau Maria auseinandergesetzt. Die 1511 veröffentlichte Folge umfasste schließlich 18 Blätter. Dürers innovative Bildfindungen im »Marienleben« werden seinen traditionellen Marienbildnissen vergleichend gegenübergestellt. Welcome to my video about the Felix Nussbaum Museum in Osnabrück. Felix Nussbaum was born on December 11, 1904 in Osnabrück and died after September 20, 1944 in the Auschwitz-Birkenau concentration camp. He was a German painter of the new objectivity. In 1932 he lost most of his works in an arson attack. In 1933 he left Germany because of the beginning persecution of the Jews during the National Socialist era. From 1940 he hid in Brussels. There, after being denounced, he was deported along with 562 other Jews with one of the last transports to the Auschwitz concentration camp, where he and his wife arrived on August 2, 1944. He was listed as a camp prisoner and probably died before the camp was liberated. On July 16, 1998, the Felix Nussbaum House was opened in Osnabrück, which houses the world's largest collection of the painter with more than 200 works. The building was designed by American Jewish architect Daniel Libeskind, who closely linked the architecture to the artist's tragic life and death in Auschwitz. The Felix Nussbaum Society e. V. in Osnabrück promotes the research and publication of Nussbaum's oeuvre. For the 100th birthday in 2004, Deutsche Post issued a special postage stamp with the motif of the painting The Secret as part of the series, German painting of the 20th century. The work and life story of Felix Nussbaum are still received by artists today. Nussbaum was a mainstay of Cyrus Overbeck's, Album of Remembrance, in 2019 in the Cubist Kunstfall in Duisburg. In 2020, Grigory Bestein showed the exhibition, The Rescuing Grows, The Short Life of Felix Nussbaum, on Nussbaum in the NS Documentation Center of the city of Cologne. It had already been shown in 2014 as a room installation in the Felix Nussbaum House. A socio-political museum, that's how you could describe the Felix Nussbaum House in the museum's quartier. The work of the Osnabrück painter Felix Nussbaum has a unique connection to the project of the museum's quartier as a peace laboratory. It reminds of the Holocaust. Nussbaum's pictures deal with flight, expulsion and war. They ask about cultural and religious identity, topics that are highly topical and have to be repeatedly renegotiated in society for peaceful coexistence. In temporary exhibitions we take up these themes, question Nussbaum's work again and again and bring it into a dialogue with other contemporary artists. The building, designed by the American architect Daniel Libeskind, creates an intensive spatial context for these discussions. Nussbaum's works, Libeskind's architecture, changing exhibitions and event formats such as the Yiddish music series, readings and eyewitness talks make the Felix Nussbaum House a museum location with a decidedly peace-themed attitude. Against oppression and violence, for human dignity, reconciliation and peaceful coexistence. There is a permanent exhibition by Albrecht Dürer with outstanding woodcuts and masterly engravings. The Osnabrück Museum of Cultural History in the museum quarter houses an extensive collection of graphic works by Albrecht Dürer, 1471-1528. In its current conception, the Dürer cabinet is showing its works on the, Life of the Virgin, as a series of 18 sheets. Albrecht Dürer's, Life of the Virgin, is one of Albrecht Dürer's three major series of woodcuts. Along with the, Passion, and the, Apocalypse, they each appeared in book form in 1511, as early as 1502. Dürer had artistically dealt intensively with individual motifs from the Life of the Virgin Mary. The series, published in 1511, eventually comprised 18 sheets. Dürer's innovative pictorial inventions in the, Life of the Virgin Mary, are compared with his traditional portraits of the Virgin Mary. Dobrodošli u moj video o muzeju Felix Nusbejum u Osnabriku. Felix Nusbejum je rođen 11. decembra 1904. u Osnabriku, a preminuo je posle 20. septembra 1944. u koncentracionom logoru u Auschwitz-Birkenau. Bio je nemački slikar nove objektivnosti. Godine 1932. Izgubio je većinu svojih dela, u podmetnutom požaru. Godine 1933. Napustio je Nemačku zbog početka progona jevreja tokom nacionalsocialističkog doba. Od 1940. krio se u Briselu. Tamo je, nakon što je prokazan. Deportovan zajedno sa još 562 jevreja sa jednim od poslednjih transporta u koncentracioni Logor Auschwitz, gde su oni i njegova supruga stigli 2. U Osnabriku je 16. jula 1998. Otvorena kuća Felik Nusbejum House, u kojoj se nalazi najveća svetska kolekcija slikara, sa više od 200 dela. Zgradu je dizajnirao američko-jevrejski arhitekta Daniel Liebeskind, koji je blisko povezao arhitekturu sa tragičnim životom i smrću umetnika u Auschwitzu. Društvo Felik Nusbejum e, ve u Osnabriku promoviše istraživanje i objavljivanje Nusbeumovog vopusa. Za stoti, rođendan 2004. Doljčer Post je izdao specijalnu poštansku marku sa motivom slike tajna u okviru serije, nemačko slikarstvo 20. veka. Radnu i životnu priču Feliksa Nusbeuma umetnici i danas primaju. Nusbejum je bio oslonac, albuma sećanja, Sajrusa Overbeka 2019. u Kubus Kunstel u Duisburgu. Grigori Berštajn je 2020. godine prikazao izložbu, Spasavanje raste kratak život Feliksa Nusbeuma, o Nusbeumu unese dokumentacijonom centru grada Kelna. Već je prikazan 2014. kao sobna instalacija u Feliks Nusbejum Hausu. Društveno-politički muzej tako biste mogli opisati i Felik Nusbejum Hausu Museums Kvartijeru. Rad slikara iz osnabrika Feliksa Nusbeuma ima jedinstvenu vezu sa projektom Museums Kvartijera, a kao mirovne laboratorije, podsjeća na Holokaust. Nusbeumove slike govore o bekstvu, proterivanju i ratu. Pitaju se o kulturnom i verskom identitetu temama koje su veoma aktuelne i o kojima se u društvu mora više puta pregovarati radi mirnog suživota. Na privremenim izložbama mi se bavimo ovim temama. Preispitujemo Nusbeumov radi iznova i iznova i dovodimo ga u dialog sa pozicijama drugih, savremenih umetnika. Zgrada, koju je projektovao američki arhitekta Daniel Libeskind, stvara intenzivan prostorni kontekst za ove diskusije. Nusbeumova dela, Libeskindova arhitektura, promene izložbi i formata događaja, kao što su muzička serija na jidišu. Čitanja i razgovori očevidaca čine Felix Nusbeum Haus muzejskom lokacijom sa izrazito mirotvornim stavom, protiv ugnjetavanja i nasilja, za ljudsko dostojanstvo, pomirenje i miran suživot. Postoji stalna izložba Albrefta Direra sa izuzetnim drvorezima i majstorskim gravurama. Muzej istorije kulture u Osnabruku u muzejskom kvartu čuva obimnu kolekciju grafičkih radova Albrefta Direra, 1471. do 1528. U svojoj sadašnjoj koncepciji, Direrov kabinet prikazuje svoja dela o životu Bogorodice, kao seriju od 18 listova. Život Bogorodice, Albrefta Direra je jedna od tri glavne serije drvore za Albrefta Direra. Zajedno sa strastom i apokalipsom, svaki od njih pojavio se u obliku knjige 1511. godine. Direr se već 1502. godine umetnički i intenzivno bavio o pojedinačnim motivima iz života Device Marije. Serija, objavljena 1511. godine, na kraju se sastojala od 18 listova. Direrovi inovativni slikovni izumijeg u životu Device Marije upoređuju se sa njegovim tradicionalnim portretima Device Marije. Serija, objavljena 1511. godine. 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 Vielen Dank.